Lektion 1 Ankommen Folge 1 Aller Anfang ist schwer Hey, Lara. Hey, hallo Tim. Wie geht's dir? Ähm, störe ich gerade? Soll ich später nochmal anrufen? Was? Bist du gerade im Stress? Warum? Weil du so wenig sagst. Du bist doch heute umgezogen, oder? Mhm. Na? Und? Erzähl doch mal. Wie ist es denn? Ach, Lara. Das klingt aber nicht gut. Was ist passiert? Warum hast du kein Zimmer im Hotel bekommen? Ich meine, ein Zimmer für Mitarbeiter. Das hat leider nicht geklappt, weil dort im Moment kein Zimmer frei ist. Aha. Und wann wird ein Zimmer frei? In vier oder fünf Monaten. Vielleicht. Na, die sind ja lustig. Und wo wohnst du jetzt? Sie haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung gemietet. Ach so? Ist sie möbliert? Ja. Na, das ist doch prima. Prima? Weißt du noch? Mein Zimmer in München? Ja, natürlich. Oh Mann, war das hässlich. Die Wohnung hier ist zweimal so groß. Super. Aber dreimal so hässlich. Sowas hast du noch nicht erlebt. Hier, sieh mal. Und? Was sagst du jetzt? Autsch. So ein Pech. Das Haus liegt am Stadtrand. Stell dir vor, zu meinem Arbeitsplatz im Zentrum fahre ich 40 Minuten. Warum wohnst du so weit draußen? Weil die Mieten im Zentrum so teuer sind. Hm. Verstehe. Weißt du, das mit der Wohnung ist ja gar nicht so schlimm. Aber? Ich bin traurig, weil ich hier keinen Menschen kenne. Ach, Tim. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, ich bin allein. Tim, bald hast du neue Freunde gefunden. Meinst du? Aller Anfang ist schwer. Aber du schaffst das. Ähm, Tim? Oh nein. Was ist denn? Viertel vor acht. Die Geschäfte machen gleich zu. Ich habe noch gar nichts zu essen und zu trinken hier. Na dann los. Ein Deo. Muss das sein? Ja. Was kostet das denn? 3,49 Euro. Guck mal. Hier. Wir haben noch zwölf Euro. Na und? Deo oder Kaffee? Okay. Ich hab's verstanden. Was hast du verstanden? Aber sag bloß nicht wieder, wie riechst du denn? Ich? Hey, Paulchen. Du riechst wie eine Rose. Hallo. Hab ich dich schon mal gesehen? Ja, ich glaube schon. Na klar haben wir dich gesehen. Düsterstraße 7. Direkt vor dem Haus. Genau. Da wohne ich jetzt. Seit wann? Ich bin heute eingezogen. Ach, du bist der Neue. Ich bin Tim. Ich wohne im Erdgeschoss. Rechts. Und ihr? Ich bin Betty. Und das ist Paul. Wir wohnen genau über dir. Im ersten Stock. Aha. Du kannst uns ja mal besuchen. Ich hoffe, du magst Musik. Musik? Na klar. Klar doch. 14,28 bitte. Na dann. Tschüss, ihr zwei. Mach's gut, Tim. Wir sehen uns. Ah, du hast eingekauft. Hm, lecker. Und alles so gesund. Da. Möchtest du auch einen Schokokuss? Du machst ja schon wieder Witze. Ja. Stimmt. Du, ich hab schon zwei Nachbarn kennengelernt. Na, was hab ich dir gesagt? Du hattest recht, Lara. Ich hab immer recht. Na, sagen wir fast immer. Bin ich müde. Na, das ist doch klar. Nach so einem Tag. Husch, husch ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, 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 ja. Musik. Mag ich. Klar, mag ich Musik. Schritt A. A3 A. Ich ziehe nach Berlin. Ich war lange arbeitslos und habe dort endlich eine Arbeit gefunden. Ich freue mich sehr auf Berlin. Bin total glücklich. B. Tja, eigentlich möchte ich gar nicht umziehen. Mir gefällt es hier in Kiel ganz gut. Aber mein Arbeitgeber zieht nach Leipzig. Da kann ich nicht jeden Tag mit dem Auto oder der Bahn hinfahren. Das ist zu weit. Ich habe mir jetzt also eine Wohnung in Leipzig gesucht. C. Ich habe hier in Kiel eine Ausbildung gemacht. Nun ziehe ich wieder zurück nach Köln. Meine Familie und meine Freunde wohnen dort. D. Ich habe bisher bei meinen Eltern gewohnt. Aber nun möchte ich in Marburg studieren. Ich habe dort einen Studienplatz bekommen und habe ein Zimmer in einer WG gefunden. E. Ich habe geheiratet und meine Frau wohnt in Stuttgart. Sie ist Kinderärztin und hat dort eine Praxis. Ich freue mich auf das Leben im Süden. Schritt B. B1. Ah, du hast eingekauft. Hm, lecker. Und alles so gesund. Ja, stimmt. Du. Ich habe schon zwei Nachbarn kennengelernt. Na, was habe ich dir gesagt? Schritt C. C1A. Ach, Lara. Das klingt aber nicht gut. Was ist passiert? So was hast du noch nicht erlebt. Hier, sieh mal. Ich hab's verstanden. Was hast du verstanden? Schritt D. D1A. Oh, hallo, Leon. Was machst du denn hier? Ja, hallo, Anna. Also, äh, ich habe keine Milch zu Hause. Hast du vielleicht welche? Klar, kein Problem. Komm doch rein. Danke. Oh, so viele Fotos. Ja, das ist meine Familie. Ah, das sind deine Eltern. Nein, nein, das sind meine Großeltern. Meine Oma Ingrid und mein Opa Hermann. Sie haben 1950 geheiratet. Meine Eltern sind da drüben. Hier. Meine Mutter Annette und mein Vater Martin. Ein schönes Paar. Hier. Das ist mein großer Bruder Alexander. Und das ist seine Frau Julia. Aha, deine Schwägerin. Ach, und die beiden haben Kinder? Genau. Meine Nichte Esther. Sie ist acht. Und das hier ist mein Neffe. Er heißt Luca. Oh, und wer ist das? Die sieht ja nett aus. Das ist Maria, meine Cousine. Sie ist auch wirklich nett. Wir haben als Kinder viel zusammen gespielt und sind gute Freundinnen. Wir telefonieren jede Woche. Ja, und das sind meine Tante Daniela und mein Onkel Stefan. Wo wohnt sie? Äh, wer? Ähm, also, Maria. Im Moment in Dresden. Sie studiert da. Das ist Maria, meine Cousine. Sie ist auch wirklich nett. Wir haben als Kinder viel zusammen gespielt und sind gute Freundinnen. Wir telefonieren jede Woche. Ja, und das sind meine Tante Daniela und mein Onkel Stefan. Wo wohnt sie? Äh, wer? Ähm, also, Maria. Im Moment in Dresden. Sie studiert da. Und was studiert sie? Musik. Sie spielt sehr gut Klavier. Sag mal, was ist denn los mit dir? Ach, äh, nichts. Sie sieht nur wirklich sympathisch aus und... Möchtest du sie kennenlernen? Sie besucht mich oft. Wirklich? Äh, ja, also, das ist sehr nett von dir. Äh, lebt sie denn in Dresden allein? Na, das ist ja was. Ja, sie hat dort eine kleine Wohnung gemietet. Sie ist Single. Sie lebt allein. Sag mal, wie war das jetzt noch mit der Milch? Ach ja, danke. Ich habe meine Eltern eingeladen und sie nehmen Milch für den Kaffee. Schritt E E1 1 Hallo, ich heiße Hristo Radev und komme aus Bulgarien. Ich wohne ganz oben in der Dachwohnung. Die Wohnung ist sehr klein, aber das macht nichts. Ich lebe ja allein dort. Bis jetzt habe ich bei meinem Bruder gewohnt, aber nun haben er und seine Frau ihr drittes Kind bekommen und es war kein Platz mehr für mich. 2 Ich bin Silvia Wasilewski. Mein Mann Marek, mein Sohn Adam und ich haben lange in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Zentrum gewohnt. Jetzt haben wir drei Zimmer hier im zweiten Stock und viel mehr Platz. Das ist toll. 3 Wir wohnen im ersten Stock. Ich bin Katrin Hauser. Mein Mann und ich haben uns vor sechs Monaten getrennt und ich habe mit meiner Tochter Ella lange nach einer Wohnung gesucht. Hier ist es super, weil Ellas Schule nicht weit weg ist. 4 Ich bin Yusuf Dirim. Meine Frau Ayshe und ich kommen aus der Türkei und leben schon seit 35 Jahren in Deutschland. Wir haben drei Kinder und die haben schon eigene Kinder. Wir wohnen jetzt allein, ganz unten im Erdgeschoss. 5 Ich bin Luisa und wohne mit Teresa und Patricia im dritten Stock. Wir sind eine Wohngemeinschaft. Risto kennt uns schon. Er wohnt ja über uns. Teresa ist aus Italien und arbeitet als Köchin. Patricia kommt aus Spanien und studiert Deutsch an der Universität. Ich bin auch Studentin. Lektion 1 Audiotraining 1 Glücklich oder traurig? Antworten Sie auf die Fragen. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Warum bist du glücklich? Miete nicht teuer. Weil die Miete nicht teuer ist. Und jetzt sie. Warum bist du glücklich? Miete nicht teuer. Weil die Miete nicht teuer ist. Warum bist du traurig? Hier keinen Menschen kennen. Weil ich hier keinen Menschen kenne. Warum bist du glücklich? Meine Eltern kommen. Weil meine Eltern kommen. Warum bist du traurig? Warum bist du traurig? Geschieden sein. Weil ich geschieden bin. Warum bist du glücklich? Warum bist du glücklich? Stadt gut gefallen. Weil mir die Stadt gut gefällt. Warum bist du traurig? Arbeitslos sein. Weil ich arbeitslos bin. Warum bist du glücklich? Meine Nachbarn sehr nett. Weil meine Nachbarn sehr nett sind. Warum bist du traurig? Anna nicht treffen können. Weil ich Anna nicht treffen kann. Warum bist du glücklich? Eine Arbeit gefunden. Weil ich eine Arbeit gefunden habe. Lektion 1 Audiotraining 2 So ein Pech. Fragen Sie nach. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Ich habe den Zug verpasst. Du hast den Zug verpasst? So ein Pech. Und jetzt sie. Ich habe den Zug verpasst. Du hast den Zug verpasst? So ein Pech. Ich habe mein Handy verloren. Du hast dein Handy verloren? So ein Pech. Unsere neuen Nachbarn sind sehr laut. Eure neuen Nachbarn sind sehr laut. So ein Pech. Wir sind in die falsche S-Bahn eingestiegen. Eure neuen Nachbarn sind sehr laut. Ihr seid in die falsche S-Bahn eingestiegen? So ein Pech. Ich habe den Wecker nicht gehört. Eure neuen Nachbarn sind sehr laut. EureNa unele standards sagem. Du hast den Wecker nicht gehört? So ein Pech. Ich habe meine Geldbörse zu Hause vergessen. Du hast deine Geldbörse zu Hause vergessen? So ein Pech! Lektion 1 Audiotraining 3 Antworten Sie mit Ja auf die Fragen. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Ist Tina berufstätig? Ja, Tina ist berufstätig. Und jetzt sie. Ist Tina berufstätig? Ja, Tina ist berufstätig. Lebst du allein? Ja, ich lebe allein. Wollt ihr Kinder haben? Ja, wir wollen Kinder haben. Bist du verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Wohnt er noch bei seinen Eltern? Ja, er wohnt noch bei seinen Eltern. Ist sie schon lange in Rente? Ja, sie ist schon lange in Rente. Arbeitest du noch als Krankenpfleger? Ja, ich arbeite noch als Krankenpfleger. Zwischendurch mal Lied. Na, singen wir was? Ja, 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 ja. Na? Singen wir was? Rüber! Der Fernseher hat nicht funktioniert, Onkel Willi hat ihn repariert. Dann hat er ihn wieder angemacht, die Nichten und Neffen haben laut gelacht. Tante Hanne hat im Restaurant gesessen und hat einen Fisch gegessen. Dann ist etwas Dummes passiert, Onkel Willi hat es fotografiert. Tante Hanne ist nach Köln umgezogen, Onkel Willi ist zu ihr geflogen. Er hat das falsche Flugzeug genommen und ist in Hamburg angekommen. Wir haben das nun dreimal trainiert und haben es dabei genau studiert. Wir haben ganz langsam angefangen, am Ende ist es schon ganz schnell gegangen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lektion 2 Zuhause Folge 2 Was man hat, das hat man Hallo, guten Tag. Guten Tag, junger Mann. Wohnen Sie jetzt hier im Erdgeschoss? Ja, seit gestern. Ah. Und ich sehe gerade, Sie können Glühbirnen wechseln? Ja, klar. Das ist prima. Meine Wohnzimmerlampe funktioniert nämlich seit gestern Abend nicht mehr. Ich denke, die Glühbirne ist kaputt. Aha. Die Lampe hängt an der Decke. So weit oben. Verstehen Sie? Könnten Sie mir da vielleicht helfen? Das wäre wirklich sehr nett von Ihnen. Ja, äh, haben Sie denn noch eine Glühbirne? Natürlich? Ach, kommen Sie doch gleich mit rauf. Es ist nicht weit. Ich wohne im ersten Stock, junger Mann. Wie heißen Sie eigentlich? Tim Wilson. Tim Wilson. Das klingt englisch. Ich komme aus Kanada. Aus Kanada. Aha. Aber jetzt leben Sie hier. Ja. Ich arbeite in einem Hotel. Was Sie nicht sagen. So, da sind wir schon. Ach, Sie wohnen ja direkt neben Betty und Paul. Oh, ja. Oh, ja. So. So. Bitteschön. Kommen Sie rein, Herr Wilson. Danke, Frau, ähm, Sitschinski? Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Genau richtig. Sitschinski. Soll ich meine Schuhe ausziehen? Nein, nein. Lassen Sie sie ruhig an. Kann ich meine Sachen da auf den Tisch legen? Aber natürlich. Auf dem Tisch liegen sie gut. Das sind Energiesparlampen, nicht wahr? Ja, ich glaube schon. Uh, die mag ich nicht. Warum denn? Es dauert so lang, bis die hell werden. Und das Licht ist auch nicht schön. Nein, nein, ich mag nur Glühbirnen. Glühbirnen? Sie wissen ja, die sind verboten. Was? Ja, die gibt's nicht mehr. Man kann die heute nicht mehr kaufen. Na, dann müssen Sie wohl auch Energiesparlampen nehmen. Tja, ich bin doch nicht blöd. Kommen Sie mal mit. Hier. Sehen Sie? Oh mein Gott, sind das viele. Die hab ich damals alle noch schnell gekauft. Unglaublich. Tja, was man hat, das hat man. Äh, entschuldigen Sie, das habe ich nicht verstanden. Na, ganz einfach. Ich habe sie. Ich habe genug Glühbirnen bis an mein Lebensende. Ich brauche keine mehr. Was man hat, das hat man. Das hat man sicher. Ach so. Jetzt verstehe ich. Na prima. Ja. Jetzt brauchen wir noch eine Leiter. Kommen Sie. Stellen Sie die Leiter dahin. Ja, genau. Da steht sie genau richtig. Früher hab ich das alles selbst gemacht. Aber heute geht das nicht mehr. Sie hatten recht. Die Glühbirne ist kaputt. Hier ist sie. Danke. Die kommt in den Müll. Vorsicht. Fallen Sie nicht runter. So. Schon fertig. Na, dann versuchen wir es mal. Darf ich? Klar. Ah. Wunderbar. Vielen Dank. Kein Problem. Nochmal. Tausend Dank für Ihre Hilfe. Was könnte ich Ihnen denn geben? Nichts, Frau Sitschinski. Das habe ich doch gern gemacht. Ihre Sachen liegen noch auf dem Tisch. Vergessen Sie sie nicht. Ach ja. Danke. Gut. Dann geh ich mal wieder runter. Oh. Die zwei da drüben sind sehr nett. Ich mag Sie. Aber Sie sind etwas anstrengend. Ich hoffe, Sie ziehen nicht gleich wieder aus, Herr Wilson. Nein. Das ist schon okay. Wissen Sie, in ein paar Monaten... Warten Sie. Ich habe doch noch was für Sie. Du. Ich kenne jetzt schon drei Leute hier. Die beiden Studenten direkt über mir. Ja, genau. Paul und Betty. Und Frau Sitschinski. Sie wohnt neben Paul und Betty. Nein. Hier ist keine Party. Nein. Frau Sitschinski ist nicht bei mir. Weißt du was? In Frau Sitschinskis Schrank waren hundert Glühbirnen. Nein. Ich habe kein Fieber. Es ist ziemlich laut hier. Das ist wirklich ärgerlich. Aber Frau Sitschinski hat mir Ohrenstöpsel geschenkt. Das sind so Dinge, die steckt man in die Ohren und dann hört man nichts mehr. Lara? Lara? Hm. Jetzt brauchen wir noch eine Leiter. Kommen Sie. Stellen Sie die Leiter da hin. Ja, genau. Da steht sie genau richtig. Schritt E. E1. Gespräch 1. Hallo, Frau Wenger. Ah, guten Abend, Herr Basso. Frau Wenger, sagen Sie, ist es bei Ihnen in der Wohnung auch so kalt? Kalt? Bei mir? Nein. Bei mir leider schon. Meine Wohnung wird einfach nicht warm. Ach. Tja, ich glaube, meine Heizung funktioniert nicht richtig. Auch das Wasser wird nicht richtig warm. Na, das ist aber dumm. Da müssen Sie gleich was tun. Ja, aber mit wem muss ich da sprechen? Mit dem Hausmeister? Mit der Hausverwaltung? Oder gleich mit der Heizungsfirma? Nein, nein, rufen Sie zuerst immer den Hausmeister an. Er heißt Brieme. Hier am schwarzen Brett, da steht seine Telefonnummer. Sehen Sie? Ah, super. Vielen Dank. Bitte, bitte. Darf ich Sie noch was fragen, Frau Wenger? Natürlich, nur zu. Es geht um die Treppenreinigung hier im Haus. Müssen wir Mieter das eigentlich selbst machen? Nein, nein, das macht bei uns eine Firma. Ah, prima. Die kommen zweimal in der Woche, am Montag und am Donnerstag. Okay, super. Vielen Dank. Gern. Tschüss und einen schönen Abend. Gespräch 2 Na, sowas. So ein Mist aber auch. Was ist denn los, Herr Dullesal? Was los ist? Mein Briefkasten ist kaputt. Hier, sehen Sie mal. Das Schloss funktioniert nicht mehr. Mhm. Ja, ich sehe es. Das muss ich reparieren. Aber das kann ich erst nächste Woche machen. Was? Aber das geht doch nicht. Hier kann ja jeder meine Post rausnehmen. Aber Herr Dullesal, hier im Haus macht das doch keiner. Na ja. Aber können Sie das nicht sofort reparieren? Oder wenigstens morgen? Das dauert doch nicht lange. Und Sie würden mir wirklich helfen. Na gut, Herr Dullesal. Weil Sie es sind. Ich mache es morgen. Ja? Erst muss ich ein neues Schloss kaufen. Wunderbar. Das ist wirklich nett von Ihnen, Herr Mayer. Vielen Dank. Gespräch 3 Ja, hallo, Frau Weiß. Ach, so ein Glück. Sie sind zu Hause, Frau Bauer. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Nein, gar nicht. Was ist denn los? Ach, ich komme mal wieder nicht in meine Wohnung rein. Haben Sie Ihren Schlüssel vergessen? Immer vergesse ich den Schlüssel. Na, das ist doch kein Problem. Einen Moment, bitte. Sie haben einen Schlüssel für meine Wohnung. Und ich habe einen Schlüssel für Ihre Wohnung. Hier, bitte. Da ist er. Tausend Dank für Ihre Hilfe. Kein Problem. Dafür gibt's doch Nachbarn, oder? Ich hoffe, ich kann Ihnen auch mal helfen. Na, aber Ihnen passiert sowas ja nie. Sie sind noch jung. Huch, das war der Wind. So ein Pech. Sehen Sie, so schnell kann es gehen. Jetzt ist meine Tür zu und ich brauche Ihre Hilfe. Prima. Kommen Sie doch mit rüber. Ja. Ich mache uns einen Kaffee und dann suchen wir zusammen Ihren Schlüssel. Wohin habe ich ihn bloß gelegt? Gespräch 4 Na, wo steckt er denn wieder? Warum kommt er denn nicht rauf? Was ist denn das? Er steht im Erdgeschoss. Ach, da hat wieder jemand die Aufzugtür nicht zugemacht. Also das ist doch... Hallo? Ich möchte runter. Sind Sie bitte so nett und machen die Aufzugtür zu? Danke für Ihr Verständnis. Das sind Leute. Also nein. Wirklich. Lektion 2 Audiotraining 1 Wo oder wohin? Antworten Sie auf die Fragen. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Wohin legst du das Buch? Tisch Ich lege das Buch auf den Tisch. Wo liegt das Buch jetzt? Tisch Das Buch liegt jetzt auf dem Tisch. Und jetzt sie. Wohin legst du das Buch? Tisch Ich lege das Buch auf den Tisch. Wo liegt das Buch jetzt? Tisch Das Buch liegt jetzt auf dem Tisch. Wohin stellt ihr den Schrank? Ecke Wir stellen den Schrank in die Ecke. Wo steht der Schrank jetzt? Ecke Ecke Der Schrank steht jetzt in der Ecke. Wohin steckst du den Schlüssel? Schloss Ich stecke den Schlüssel ins Schloss. Wo steckt der Schlüssel jetzt? Schloss Der Schlüssel steckt jetzt im Schloss. Wohin hängt Tim das Bild? Wand Tim hängt das Bild an die Wand. Wo hängt das Bild jetzt? Wand Das Bild hängt jetzt an der Wand. Lektion 2 Audio Training 2 Antworten Sie mit Tut mir leid, das geht nicht, weil... Hören Sie zuerst ein Beispiel. Können Sie nächste Woche meinen Briefkasten leeren? Wegfahren Tut mir leid, das geht nicht, weil ich wegfahre. Und jetzt Sie. Können Sie nächste Woche meinen Briefkasten leeren? Wegfahren Tut mir leid, das geht nicht, weil ich wegfahre. Können Sie morgen Mittag den Handwerker in meine Wohnung lassen? Ab 8 Uhr arbeiten. Wegfahren Tut mir leid, das geht nicht, weil ich ab 8 Uhr arbeite. Können Sie am Samstag meine Katze füttern? Samstag Ausflug machen Tut mir leid, das geht nicht, weil ich am Samstag einen Ausflug mache. Würden Sie morgen mit meinem Hund spazieren gehen? Krank sein Wegfahren Tut mir leid, das geht nicht, weil ich krank bin. Würden Sie im Juni meine Pflanzen gießen? Mai Ausziehen Tut mir leid, das geht nicht, weil ich krank bin. Tut mir leid, das geht nicht, weil ich im Mai ausziehe. Lektion 2 Audiotraining 3 Seien Sie bitte so nett. Sagen Sie es höflich. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Stellen Sie die Pflanze dorthin. Seien Sie bitte so nett und stellen Sie die Pflanze dorthin. Und jetzt Sie. Die Fahrräder müssen Sie unter die Treppe stellen. Seien Sie bitte so nett und stellen Sie die Fahrräder unter die Treppe. Legen Sie die Bücher auf den Tisch. Seien Sie bitte so nett und legen Sie die Bücher auf den Tisch. Den Müll müssen Sie trennen. Seien Sie bitte so nett und trennen Sie den Müll. Stellen Sie Ihr Auto immer in der Garage ab. Stellen Sie den Kinderwagen nicht vor den Aufzug. Seien Sie bitte so nett und stellen Sie den Kinderwagen nicht vor den Aufzug. Zwischendurch mal hören. Gestern im Treppenhaus. Gespräch A Na, Herr Bogdanovich, haben Sie es auch schon gesehen? Gesehen? Ja, was denn, Frau Knesebeck? Na da. Die Müllers haben schon wieder ihren Kinderwagen in den Hausflur gestellt. Ach so. Der gehört nicht hier rein. Der Hausmeister hat es doch deutlich gesagt. Hier im Hausflur darf nichts herumstehen. Haben Sie denn mit Frau Müller gesprochen? Nein. Ich gehe jetzt zum Hausmeister. Der Kinderwagen muss raus. Gespräch B Ach, Herr Bogdanovich? Guten Tag, Frau Müller. Ich wollte nur sagen, Ihr Kinderwagen … Ja, ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Aber mein Mann ist nicht da und ich kann den Wagen ja nicht allein hier rauftragen. Kommen Sie, gehen wir zusammen runter. Ich helfe Ihnen. Oh, das ist aber nett. Frau Knesebeck holt nämlich gerade den Hausmeister. Ach nein, die schon wieder. Die hat wohl nichts Besseres zu tun. Gespräch C Na, wo ist er denn jetzt, der Kinderwagen? Also, also, ich verstehe das nicht, Herr Winter. Vor ein paar Minuten ist er noch hier gewesen. Ah, da kommt Herr Bogdanovich. Er hat es auch gesehen. Hallo, Herr Bogdanovich. Guten Tag, Herr Winter. Hier hat ein Kinderwagen gestanden, sagt Frau Knesebeck. Ja, richtig. Und wir brauchen hier unten auch einen Platz für die Kinderwagen. Wie bitte? Frau Müller muss den Kinderwagen ja irgendwo hinstellen können. Sie kann ihn doch nicht dauernd allein rauf und runter tragen. Da haben Sie recht. Ich spreche mal mit der Hausverwaltung darüber. Wiedersehen zusammen. Wiedersehen, Herr Winter. Aber, aber … Tschüss, Frau Knesebeck. Schönen Tag noch. Also, sowas. Lektion 3 Essen und Trinken Folge 3 Eine Hand wäscht die andere. Niki, siehst du das, Niki? Oh, was machen Sie denn hier? Oh, äh, guten Tag. Ähm, ich … Wollen Sie was verkaufen? Ich sage Ihnen gleich, wir brauchen nichts. Nein, nein. Ich bin Ihr Nachbar. Ich wohne direkt neben Ihnen. Tim Wilson. Hallo. Oh, hallo. Sagen Sie mal, Herr, äh, Kaiopoulos. Ach, komm. Ich heiße Dimitri. Sag einfach Dimi. Okay, Dimi. Was riecht denn da so wunderbar? Das ist Musaka. Musaka? Mh, das riecht fantastisch. Du siehst hungrig aus, Tim. Möchtest du mitessen? Oh, ah, das ist sehr nett. Aber ich, ich möchte nicht stören. Ich muss zurück in die Küche. Wir essen in einer Viertelstunde. Bis gleich, Tim. Ja, bis gleich. Äh, Dimi. Hallo. Du bist also der Tim von nebenan? Ja, genau. Und du bist? Ich bin Eva. Komm rein. Danke. Tut mir leid. Ich habe gar nichts mitgebracht, Eva. Kein Problem, Tim. Da bist du ja, Niki. Immer kommst du zu spät. Tim, das ist Niki. Hallo, Niki. Hallo. Geh nur gleich rein, Tim. Dimi wartet schon auf dich. Okay. Und du wäschst jetzt die Hände und kommst dann auch zum Essen. Sag mal, hast du geraucht? Hä? Warum denn? Weil du so riechst. Geh rein jetzt. Wir reden später weiter. Na toll. Hm, das riecht so lecker. Also, die Seite ist mit Hackfleisch. Und hier ist keins drin. Der Teil ist mit Kartoffeln und Auberginen. Ich bin nämlich Vegetarierin. Ich esse nie Fleisch. Ich schon. Ich möchte mit Fleisch. Zuerst der Gast, Niki. Na, Tim. Mit oder ohne Fleisch? Mit Fleisch, bitte. Möchtest du Brot? Oh ja, gern. Danke, Eva. Also dann, guten Appetit. Guten Appetit. Und danke fürs Kochen, Dimi. Dimi. Das Essen ist sehr, sehr lecker. Danke. Das freut mich. Niki? Machst du hier am Tisch bitte dein Handy aus? Niki? Warum denn? Niki! Mann! Möchtest du noch, Tim? Ja. Darf ich dir noch was geben? Oh ja, sehr gern. Ich liebe Moussaka. Na, das höre ich gern. Aber jetzt probiere ich mal eine Portion ohne Fleisch. Ist das okay? Na klar. Es ist genug für alle da. So, jetzt gibt es Nachspeise. Das ist Joghurt mit Honig und Nüssen. Mh, das sieht lecker aus. So, Niki, das reicht. Raus jetzt. Okay. Nein, dein Nachtisch bleibt hier stehen. Warum denn? Stell das hin und geh in dein Zimmer. Mann! Das ist voll ungerecht. Der Junge macht mich noch verrückt. Für ihn gibt's nur noch zwei Dinge auf der Welt. Das Handy und seine Computerspiele. Wie alt ist Niki denn? 14. Er wird bald 15. Mein Bruder Ben ist 16. Vor ein, zwei Jahren war es mit ihm ganz genauso. Naja, das geht zum Glück wieder vorbei. Meistens, Tim. Manchmal aber auch nicht. Sag mal, war dein Bruder auch so schlecht in der Schule? Naja, ein bisschen, aber nicht schlimm. Unser Niki hat fast nur noch schlechte Noten. Eine Fünf in Mathe. Eine Fünf in Englisch. Und eine Fünf in Erdkunde. Oh je, das klingt ja nicht so gut. Oh, schon neun Uhr. Tja, ich glaube, ich gehe dann so langsam mal rüber. Ach komm, bleib doch noch ein bisschen. Ja, nun haben wir die ganze Zeit über uns geredet. Erzähl doch auch mal ein bisschen von dir, Tim. Naja, was soll ich erzählen? Ich komme aus Kanada. Ich lerne Deutsch. Und ich arbeite seit ein paar Tagen in einem Hotel hier im Stadtzentrum. Aus Kanada kommst du? Ja, aus Ottawa. Das ist ja interessant. Wartet mal. Ich mache uns noch schnell einen Espresso. Du möchtest doch auch einen, oder? Ja, Dimi. Sehr gern. Eva, du auch? Ja, Schatz. Vielen Dank für den schönen Abend. Sehr gern, Tim. Komm bald mal wieder. Mh, das hat alles so lecker geschmeckt, Dimi. Das freut mich sehr. So gut möchte ich auch kochen können. Ach, das ist gar nicht so schwer. Wenn du Lust hast, komm einfach rüber und hilf mir beim Kochen. Dann lernst du das ganz schnell. Hey, wartet mal. Wir könnten es doch so machen. Ich lerne bei dir kochen und Niki lernt bei mir Englisch. Das ist eine super Idee. Das machen wir. Da gibt's doch dieses deutsche Sprichwort. Wie geht das? Eine Hand... Ähm, eine Hand... Eine Hand wäscht die andere. Genau. Schritt A. A, A, 1, A. 1 Ich bin nämlich Vegetarierin. Ich esse nie Fleisch. 2 Ich esse schon ganz gern Fleisch. Aber Fleischgerichte koche ich nur manchmal für Niki und mich. Eva ist ja Vegetarierin. 3 Ich esse total gern Fleisch. In der Schulmensa nehme ich das Fleischgericht oder ich gehe mit meinen Freunden in ein Fastfood-Restaurant. Also, ich denke, ich esse oft Fleisch. 4 Also, ich bin kein Vegetarier. Ich esse eigentlich alles gern. Fleisch, Fisch, Gemüse. Fleisch esse ich wahrscheinlich so einmal pro Woche. Also eher selten. Schritt B B1 Gespräch A Ich mach uns noch schnell einen Espresso. Du möchtest doch auch einen, oder? Ja, Dimi. Sehr gern. Gespräch B Du, Dimi! Wo sind denn die Löffel? Ich finde keine. Moment! In der Spülmaschine sind welche. Gespräch C Oh, mein Messer ist runtergefallen. Tut mir leid. Kein Problem. Ich hole gleich noch eins. Gespräch D Wer möchte noch eine Portion? Ich nehme gern noch eine. Gut. Gibst du mir deinen Teller, Tim? Schritt C C1 A Komm rein. Danke. Tut mir leid. Ich habe gar nichts mitgebracht, Eva. Kein Problem, Tim. B Mh, das riecht so lecker. Na, Tim. Mit oder ohne Fleisch? Mit Fleisch, bitte. Also dann, guten Appetit. Guten Appetit. Und danke fürs Kochen, Dimi. Darf ich dir noch was geben? Oh ja, sehr gern. Ich liebe Moussaka. C Vielen Dank für den schönen Abend. Sehr gern, Tim. Komm bald mal wieder. Schritt C C, 4, B und C Meine Damen und Herren, hier im Deutschfunk hören Sie jetzt unsere Sendung Du und ich. Heute mit dem Thema Bei Freunden zu Gast. Du sag mal, Monika, wo bleiben die denn? Ich weiß nicht, Schatz. Acht Uhr war ausgemacht, oder? Ja, acht Uhr war ausgemacht. Und jetzt ist es gleich halb neun. Du kennst doch Renate und Eberhard. Waren die denn schon einmal pünktlich? Ja, ja. Aber eine halbe Stunde, das ist zu viel. Das finde ich nicht in Ordnung. Sven hat recht. Sie sind in Deutschland zum Essen eingeladen? Dann ist eine halbe Stunde Verspätung wirklich sehr unhöflich. Sie merken es schon. Wir sprechen heute über Regeln. Was müssen Sie beachten, wenn Sie bei Freunden eingeladen sind? Zuerst einmal kommen Sie nicht zu spät. Ein paar Minuten und auch eine Viertelstunde sind noch in Ordnung. Aber nicht mehr. Hallo Renate. Hallo Eberhard. Hallo. Hallo Monika. Ach Monika, wir sind viel zu spät. Wir haben die Straßenbahn verpasst. Ja. Es tut uns wirklich leid. Ist doch nicht so schlimm. Kommt rein. Sven, unsere Gäste sind da. Hier, die sind für dich. Oh, so schöne Blumen. Das ist aber nett. Vielen Dank. Na, haben Sie es gehört? Die Entschuldigung ist bei Monika gut angekommen. Renate und Eberhard sind zu spät gekommen. Aber sie haben an ein kleines Geschenk für ihre Gastgeber gedacht. Das ist ganz richtig. Bringen Sie etwas mit. Das kann ein Blumenstrauß sein oder Schokolade. Sehr oft bringt man auch Wein mit. Mh, das sieht aber lecker aus. Und es riecht so gut. Eberhard, darf ich dir auch Fleisch und Soße geben? Ähm, nein, danke Sven. Ich nehme nur Kartoffeln. Was? Ja, aber... Eberhard macht doch zur Zeit diese Kartoffel-Diät. Also sowas. Sven und Monika hatten mit dem Kochen so viel Arbeit. Und nun isst Eberhard nur die Kartoffeln. Warum hat er das mit seiner Diät nicht vorher gesagt? Also bitte. Sie machen eine Diät? Sie mögen etwas nicht oder dürfen etwas nicht essen? Bitte sagen Sie das Ihrem Gastgeber vor der Einladung. Nicht erst beim Essen. Möchtest du noch, Renate? Darf ich dir noch ein bisschen geben? Ach, tut mir leid, Leute. Aber ich kann einfach nicht mehr. Aber es hat super geschmeckt. Wirklich. Sehr, sehr lecker. Danke. Das freut uns. In Deutschland dürfen Sie als Gast viel essen. Sie müssen aber nicht. Natürlich freuen sich Ihre Gastgeber, dass Ihnen das Essen gut schmeckt. So, Leute. Das war ein netter Abend. Jetzt müssen wir aber gehen. Schon? Bleib doch noch ein bisschen. Tut mir leid. Aber wir müssen wirklich nach Hause. Es ist schon fast zehn. Und ich muss morgen ganz früh aufstehen. Na schön. Kommt gut nach Hause. Also, dieser Eberhard ist doch wirklich ein unhöflicher Mensch. Finden Sie nicht? Nach dem Essen kann man doch nicht gleich gehen. Man bleibt wenigstens noch ein bisschen. Natürlich soll man auch nicht zu spät nach Hause gehen. Ihr Gastgeber ist müde und schläft schon fast ein? Dann müssen Sie langsam Tschüss sagen. Das mache ich jetzt auch. Ich sage danke fürs Zuhören und Tschüss bis zu unserer nächsten Sendung. Schritt E E1 Gespräch A Was darf ich Ihnen bringen? Ich nehme das Schnitzel mit Pommes und Salat. Ja, gern. Und zu trinken? Ein Mineralwasser, bitte. Gespräch B Entschuldigung, aber die Suppe ist leider viel zu salzig. Oh, das tut mir leid. Ich bringe Ihnen sofort eine neue. Danke. Sehr nett. Gespräch C Hallo? Zahlen, bitte. Zusammen oder getrennt? Zusammen, bitte. Ein Eiskaffee, ein Stück Kuchen und ein Tee mit Zitrone. Das macht 7,50 Euro, bitte. Hier, bitte. Stimmt so. Gespräch D Entschuldigung, ist der Platz noch frei? Aber sicher. Nehmen Sie doch Platz. Vielen Dank. Lektion 3 Lektion 3 Audiotraining 1 Antworten Sie auf die Fragen. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Wie oft kochen Sie selbst? Selten Ich koche selten selbst. Und jetzt Sie. Wie oft kochen Sie selbst? Selten Ich koche selten selbst. Wie oft machen Sie Sport? Zweimal pro Woche. Ich mache zweimal pro Woche Sport. Wie oft sehen Sie auf Ihr Handy? Oft Ich sehe oft auf mein Handy. Wie oft lesen Sie Ihre E-Mails? Einmal pro Tag. Ich lese einmal pro Tag meine E-Mails. Wie oft essen Sie Süßigkeiten? Fast nie. Ich esse fast nie Süßigkeiten. Und jetzt noch einmal Sie. Antworten Sie mit Ihren Informationen. Wie oft kochen Sie selbst? Wie oft machen Sie Sport? Wie oft sehen Sie auf Ihr Handy? Wie oft sehen Sie auf Ihr Handy? Wie oft lesen Sie Ihre E-Mails? Wie oft essen Sie Süßigkeiten? Wie oft essen Sie Süßigkeiten? Lektion 3 Audiotraining 2 Möchtest du? Fragen Sie. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Ich mache mir einen Espresso. Möchtest du auch einen? Und jetzt Sie. Ich mache mir einen Espresso. Möchtest du auch einen? Ich esse ein Stück Kuchen. Möchtest du auch eins? Ich brauche jetzt ein paar Süßigkeiten. Möchtest du auch welche? Ich nehme das Schnitzel. Möchtest du auch eins? Noch einen Saft, bitte. Möchtest du auch einen? Ich nehme die Pizza. Möchtest du auch eine? Lektion 3 Audiotraining 3 Im Restaurant Wiederholen Sie. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Entschuldigung, ist der Platz noch frei? Entschuldigung, ist der Platz noch frei? Und jetzt Sie. Entschuldigung, ist der Platz noch frei? Entschuldigung, ist der Platz noch frei? Kann ich bitte die Karte haben? Kann ich bitte die Karte haben? Kann ich bitte bestellen? Kann ich bitte bestellen? Entschuldigung, aber die Suppe ist leider viel zu salzig. Entschuldigung, aber die Suppe ist leider viel zu salzig. Entschuldigung, ist der Platz noch frei? 1 Möchtest du ein Schnitzel? Oh ja, das wäre fein. Möchtest du noch Pommes? Da sage ich nicht nein. Darf ich dir vielleicht noch einen Hamburger geben? Oh ja, sehr gern. Hach, ist das ein Leben. 2 Und? Schmeckt dir die Suppe? Ja, sie ist ein Gedicht. Wie findest du das Hähnchen? Das ist mein Lieblingsgericht. Möchtest du noch Bohnen? Dann hole ich welche her. Sehr lieb, vielen Dank. Aber ich kann nicht mehr. 3 Na, wie schmeckt der Eiskaffee? Möchtest du das Teegebäck? Es schmeckt wie frisch vom Bäcker. Und bei dir, mein Lieber, ist bei dir alles klar? Du, es hat super geschmeckt. Es war wunderbar. Lektion 11 Unterwegs Folge 11 Fragen kostet nichts Hallo. Einen Moment. Ja, bitte? Ich möchte gern etwas spazieren gehen und dann eine Kleinigkeit essen. Welches Restaurant können Sie da empfehlen? Tja, also direkt neben dem Hotel ist das Café Wurm. Ich habe gesagt, ich möchte spazieren gehen. Ich verstehe nicht. Kann ich helfen? Ja, bitte, Tim. Frau Heigert hätte gern ein paar Tipps. Also, wenn Sie aus dem Hotel kommen, gehen Sie über die Straße. Über die Straße? Ja. Dann sind Sie direkt am Stadtpark. Das klingt gut. Gehen Sie dann durch den Stadtpark. Da kommen Sie dann an dem kleinen See vorbei. Ein See! Ach, wie schön! Am anderen Ende sehen Sie gleich links das Restaurant. Durch den Stadtpark und links? Genau. Genau. Restaurant am Park. Dort isst man sehr gut. Ah, wunderbar. Haben Sie vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Spaziergang und guten Appetit. Danke. Hallo. Na, hallo. Wer bist du denn? Ich bin Tommy. Und wer bist du? Ich bin Tim. Aha. Darf ich dich mal was fragen, Tim? Na klar. Fragen kostet nichts. Was möchtest du denn wissen? Mein Papa sagt, du weißt, wo die Tiger sind. Stimmt das? Na klar. Die Tiger sind in Asien. Nein. Ich will doch nicht nach Asien. Gibt's denn hier kein Zoo? Doch, stimmt. Im Zoo gibt es auch Tiger. Das weiß ich. Deshalb möchte ich ja in den Zoo. Verstehst du? Na klar. Na klar. Aber wo ist denn der Zoo? Der Zoo ist im Westend. Im Westend. Aha. Und wie kommt man da hin? Wollt ihr mit der S-Bahn fahren oder mit dem Auto? Mit der S-Bahn. Guck mal. Hier sind wir. Also, ihr kommt aus dem Hotel und geht rechts die Straße entlang bis zum Opernplatz. Rechts die Straße entlang bis zum Opernplatz. Ist das weit? Nein. Gar nicht. Nur 100 Kilometer. Hahaha. So ein Quatsch. Du meinst 100 Meter, oder? Ach ja. Stimmt. 100 Meter. Und wie geht es dann weiter? Also, ihr geht um die Oper herum. Und nach ein paar Metern seid ihr schon an der S-Bahn-Station. Okay. Und dann? Dann? Dann nehmt ihr die S-8 und fahrt bis zum Westend. Und dann? Dann seid ihr da. Der Eingang zum Zoo ist genau gegenüber der S-Bahn-Station. Was möchtest du denn im Zoo sehen? Na, Tiger. Das weißt du doch. Sonst nichts? Nur Tiger? Keine Ahnung. Zebras vielleicht. Oh ja. Zebras finde ich super. Bringst du mir eins mit? Du bist lustig. Das darf man doch gar nicht. Schade. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spaß im Zoo. Hier, dein Zettel. Danke. Du bist nett. Es gibt nette Gäste. Ja, stimmt. Nette gibt's auch. Hallo. Hallo. Hallo, Tim. Hey, Tommy. Na, habt ihr den Zoo gefunden? Ja, klar. Und? Wie waren die Tiger? Toll. Aber die Zebras waren noch besser. Wirklich? Ja. Ich hab dir sogar eins mitgebracht. Ehrlich? Wie hast du das denn gemacht? Ganz einfach. So. Oh, wow. Hast du das gemalt? Ja. Das ist ja wunderschön. Darf ich das behalten? Na klar. Vielen Dank. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. Zebra, 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 Tiger, 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 Tiger. Na, das ist aber ein sehr lebendiger Junge. Ja. Ist das nicht wunderbar? Er kommt gerade aus dem Zoo. Er hat mir ein Zebra mitgebracht. Sehen Sie? Ein Zebra? So, so. Und Sie, Frau Heigert? Hatten Sie einen schönen Spaziergang? Oh ja. Und das Essen war auch super. Na, da freuen wir uns doch alle. Hier, Ihr Schlüssel, Frau Heigert. Schritt A A2 A A2 Das war's für heute. Meine Damen und Herren, willkommen in Frankfurt. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten... So, Herr Schneider, dann hätten wir es wieder. Macht 20 Euro, bitte. In zwei Stunden dürfen Sie wieder etwas essen, Frau Amiri. E. F. Ach Gott, wieder nur Rechnungen und Reklame. Schritt B B1 A Gehen Sie über die Straße, dann sind Sie direkt am Stadtpark. Gehen Sie dann durch den Stadtpark. Da kommen Sie an dem kleinen See vorbei. Am anderen Ende sehen Sie gleich links das Restaurant. Schritt B Geht rechts die Straße entlang bis zum Opernplatz. Ihr geht um die Oper herum und nach ein paar Metern seid ihr schon an der S-Bahn-Station. Dann nehmt ihr die S8 und fahrt bis zum Westend. Der Eingang zum Zoo ist genau gegenüber der S-Bahn-Station. Schritt B B2 Ja? Hi, Milan. Ich bin's. Sag mal, was hast du denn für ein Navi, dass du dich so verfährst? Also, pass auf. Du fährst jetzt über die Karlsbrücke. Nach der Brücke fährst du nach rechts und dann den Fluss entlang. Fahr immer geradeaus bis zu einer Kreuzung mit Ampel. Dort biegst du nach links ab. Bleib immer auf dieser Straße und fahr durch das Zentrum. Du kommst am Mozartplatz vorbei. Der ist leicht erkennbar an dem großen Mozart-Monument. Dann fährst du bis zum Kreisverkehr. Fahr um den Kreisverkehr herum. Du musst die dritte Ausfahrt nehmen. Dann bist du in der St. Klara Straße und... Moment, Moment. So schnell komme ich nicht mit. Kannst du mir bitte eine Nachricht schreiben? Klar, kein Problem. Bis nachher. Schritt C C4 A Guten Abend, liebe Autofahrer. Der Verkehr um 18.30 Uhr. In weiten Teilen Baden-Württembergs dichter Nebel, mit Sichtweiten unter 50 Metern. Fahren Sie bitte ganz besonders vorsichtig. A81 Singen Richtung Stuttgart. Zwischen Herrenberg und Gärtringen Unfall. Die rechte Fahrspur ist blockiert und es sind derzeit schon drei Kilometer Stau. Das war's vom Verkehr. Wir wünschen gute und sichere Fahrt, wo immer Sie unterwegs sind. B Eine kurze Zwischenmeldung an alle, die auf der A4 Richtung Dresden unterwegs sind. In der Nähe der Ausfahrt Berbersdorf befinden sich Tiere auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie in diesem Bereich besonders vorsichtig. B Und nun zum Verkehr. Staus und Behinderungen auf folgenden Strecken. Auf der A5 in Richtung Bad Nauheim auf ca. 5 Kilometern Länge wegen eines Unfalls. Achtung! Das Stauende liegt hinter einer Kurve. Und A3 Richtung Würzburg. Baustelle zwischen Seligenstädter Dreieck und Aschaffenburg-West. Derzeit zwei Kilometer Stau. D Achtung Autofahrer! Auf der A63 Mainz Richtung Kaiserslautern kommt Ihnen zwischen Kreuz Mainz-Süd und Niederolm ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie nicht nebeneinander und überholen Sie nicht. Wir melden, wenn die Gefahr vorüber ist. E Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's vom Verkehr. Und hier noch ein Hinweis vom Service S-Bahn Frankfurt. Wegen des starken Schneefalls haben derzeit alle S-Bahnen bis zu 20 Minuten Verspätung. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast im Sonntagsfrühstück. Ich begrüße ganz herzlich die Schauspielerin Gitte Hohlbein. Lektion 11 Woher kommst du? Antworten Sie auf die Fragen. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Hallo Sina, woher kommst du? Arzt Ich komme vom Arzt. Ich komme vom Meer. Hallo Milan, woher kommst du? Meer Ich komme vom Meer. Hallo Sandra, woher kommst du? Supermarkt Ich komme aus dem Supermarkt. Hallo Alex, woher kommst du? S-Bahn Ich komme aus der S-Bahn. Hallo Laura, woher kommst du? Friseur Friseur Ich komme vom Friseur. Hallo Theo, woher kommst du? Stadt Ich komme aus der Stadt. Lektion 11 Audiotraining 2 Den Weg beschreiben Wiederholen Sie. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Sie möchten zur Oper? Kein Problem. Gehen Sie diese Straße entlang. Sie möchten zur Oper? Kein Problem. Gehen Sie diese Straße entlang. Und jetzt Sie. Sie möchten zur Oper? Kein Problem. Gehen Sie diese Straße entlang. Sie möchten zur Oper? Kein Problem. Gehen Sie diese Straße entlang. Nehmen Sie die Straßenbahn und fahren Sie bis zum Augustusplatz. Nehmen Sie die Straßenbahn und fahren Sie bis zum Augustusplatz. Laufen Sie dann durch den Park. Sie kommen danach an einer Kirche vorbei. Sie kommen danach an einer Kirche vorbei. An der nächsten Kreuzung müssen Sie rechts abbiegen. An der nächsten Kreuzung müssen Sie rechts abbiegen. Nach 200 Metern sind Sie schon an der Oper angekommen. Nach 200 Metern sind Sie schon an der Oper angekommen. Heute scheint die Sonne so schön. Das stimmt. Es ist wirklich sonnig. Und jetzt Sie. Heute scheint die Sonne so schön. Das stimmt. Es ist wirklich sonnig. Heute Morgen war Nebel. Ich habe kaum etwas gesehen. Das stimmt. Es war wirklich neblig. Bei uns war gestern vielleicht ein Sturm. Das stimmt. Es war wirklich stürmisch. Puh. Es regnet schon seit Tagen. Das stimmt. Es ist wirklich regnerisch. Hoffentlich kann das Flugzeug starten. Bei diesem Wind. Das stimmt. Das stimmt. Es ist wirklich windig. Es ist so heiß. Bestimmt gibt es ein Gewitter. Das stimmt. Das stimmt. Es ist wirklich gewittrig. Zwischendurch mal. Rätsel. A B C C D E F G Lektion 12 Reisen Folge 12 Die Qual der Wahl Sag mal, was ist für dich im Urlaub besonders wichtig? Hm, gute Frage. Nette Leute um mich herum zum Beispiel. Okay. Und weiter? Leckeres Essen vielleicht. Und? Was noch? Gutes Wetter wäre auch nicht schlecht. Und was ist für dich wichtig? Na ja, schöne Landschaften, interessante Städte. Sowas gehört für mich auf jeden Fall auch dazu. Für dich nicht? Doch, doch, natürlich. Hm, ich würde einfach sagen, viel Neues halt. Das meinst du doch, oder? Ja, genau. Viel Neues. Und ich habe da auch schon einen Vorschlag. Warte. Ich schicke dir ein Foto. Das ist ja lustig. Wo ist das denn? An der Ostsee. Wie man sieht, gibt's da gutes Essen. Und schöne Hotels direkt am Meer. Und weiter? Weiter? Hotel am Meer? Interessante Umgebung? Tolle Ausflugsmöglichkeiten? Genügt das nicht? Na ja, das ist ja ganz schön. Aber leider zu teuer. Du musst nur genau hinsehen. Die haben auch günstige Zimmer. 100 Euro für ein Zwei-Bett-Zimmer? Das nennst du günstig? Das ist im Juli und im August. Sieh mal weiter unten. Von September an sind die Zimmer viel billiger. Da kosten sie nur noch 75 Euro. Nur? Du bist ja lustig. Okay, dann nicht. Hast du eine bessere Idee? Vielleicht. Warte eine Sekunde. Ich schicke dir ein Foto. Was ist denn das jetzt? Hättest du vielleicht Lust auf eine Fahrradtour? Eine Radtour. Wollen wir an die Mosel fahren? Ich habe gehört, die Landschaft soll dort sehr schön sein. Ja? Wirklich? Da gibt es tolle Weinberge und gutes Essen. Komm schon. Was hältst du von einer Radtour? Also, ich weiß nicht. Ähm... Ach Mann! An der Mosel ist es sicher total schön. Ich würde mir lieber eine große Stadt ansehen. Hey! Das ist Wien! Genau! Wir könnten nach Österreich fahren und Wien besichtigen. Das will ich unbedingt mal sehen. Ich war schon in Wien. Ach so. Okay. Hm. Und was ist mit Bergsteigen? Bergsteigen? Wir könnten in die Berge fahren. Warte. Gib mir eine Minute. Ihhh. So sehe ich aber nicht aus. Guck mal, der Arm. Möchtest du mit mir in die Berge fahren? Ich weiß nicht. Du, wir sammeln jetzt schon über eine halbe Stunde lang Reiseziele. Lass uns doch einfach morgen weitermachen. Nein, das ist keine gute Idee, Lara. Wir haben schon zu viele Ziele. Die Qual der Wahl. Das ist unser Problem. Ha! Jetzt habe ich die super Idee. Warte. Ich schicke sie dir sofort. Hä? Was ist das jetzt? Na, meine Urlaubsidee. Keine Wahl, keine Qual. Wir fahren ohne Ziel los. Du meinst ganz einfach so? Ganz einfach so. Ohne Ziel und ohne Plan? Ohne Ziel und ohne Plan. Ich komme einfach zu dir. Tim? Genau so machen wir es. Du, ich freue mich schon. Na prima. Ich freue mich auch. Schritt A. A, 1, A. 1 Wollen wir an die Mosel fahren? 2 Wir könnten nach Österreich fahren. 3 Wir könnten in die Berge fahren. Schritt A. A, 2 2 A, 1 2 Ich habe solchen Durst. 2 3 3 Gib mir ein bisschen Seil nach. 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 Schritt B 6 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 17 20 21 21 22 23 23 24 neues halt das meinst du doch oder ja genau viel neues und ich habe da auch schon einen vorschlag schritt c c1 gespräch 1 autovermietung euro auto herbst was kann ich für sie tun guten tag mein name ist kerstin eichhorn ich wohne in freiburg und habe im nächsten monat einen flug von frankfurt nach griechenland gebucht nun brauche ich ein auto für die fahrt von freiburg zum flughafen nach frankfurt kann man bei ihnen auch ein auto in freiburg mieten und es dann in frankfurt wieder abgeben ja natürlich das ist überhaupt kein problem wann brauchen sie denn ein auto am donnerstag den 23 juli so circa um 7 uhr ich muss spätestens um elf uhr am flughafen sein und was für ein auto soll es sein ein kleinwagen da können wir ihnen unseren vw polo anbieten bei der mietdauer von einem tag kostet das dann 63 euro inklusive haftpflichtversicherung und 300 freikilometern gut dann würde ich das auto gern mieten gern frau eichhorn darf ich um ihr geburtsdatum bitten gespräch zwei flugsbus sie sprechen mit tina meikert guten morgen dem ihr hier ich habe ein problem ich habe gestern im internet bei ihnen gebucht aber noch keine bestätigungs mail erhalten das tut mir leid sie haben sicher auch schon in ihrem spam ordner nachgesehen ja dort ist auch keine e mail angekommen welche verbindung haben sie denn gebucht die fahrt von flensburg nach dresden flensburg nach dresden und welche abfahrtszeit haben sie gewählt der bus sollte vor acht in flensburg abfahren sie sind hier für den bus mit der abfahrt um 7 uhr 40 eingetragen es tut mir leid dass es mit der bestätigungs mail nicht geklappt hat ich kann ihnen manuell eine bestätigung schicken ja das wäre nett wie lange dauert die busfahrt mit dem aufenthalt in berlin dauert die fahrt über zehn stunden und wie viel zeit habe ich für das umsteigen in berlin sie kommen um 13 55 in berlin an die weiterfahrt ist dann planmäßig um 15 30 dann habe ich ja über eine stunde aufenthalt in berlin tut mir leid es gibt leider keine direktverbindung okay dann danke ich ihnen erst mal gern geschehen ich wünsche ihnen eine gute fahrt auf wiederhören gespräch 3 hamburg tourismus kunze schönen guten tag guten tag nina just hier ich rufe aus köln an und würde gern ihre vier tage städtereise nach hamburg buchen ist das angebot noch gültig ja das angebot ist noch gültig für wie viele personen möchten sie buchen für zwei personen und wann würden sie gern fahren am donnerstag den 7 september tut mir leid da ist leider kein platz mehr frei die termine im september sind leider schon ausgebucht von oktober an haben wir wieder freie plätze dann würden wir gern vom ersten oktober bis zum fünften oktober fahren gut das macht dann 189 euro pro person für drei nächte wie lange dauert denn die fahrt von köln nach hamburg da braucht der ice ungefähr vier stunden sie können zum beispiel um zehn uhr achtundvierzig abfahren und sind dann um 14 uhr vierundfünfzig am ziel ist das eine direktverbindung ja sie müssen nicht umsteigen ich schicke ihnen jetzt das informationsmaterial dort finden sie alle möglichen zugverbindungen informationen zum hotel und zur hamburg card und sollten sie noch weitere fragen haben können sie uns jederzeit wieder anrufen schritt e e 1 sag mal wollen wir am wochenende nicht mal wieder einen ausflug machen ja gute idee wir könnten nach lübeck fahren die altstadt soll wunderschön sein keine schlechte idee aber ist es im moment nicht zu heiß für eine stadt wollen wir nicht lieber wandern die lüneburger heide soll wunderschön sein wandern ach nein darauf habe ich keine lust ich möchte mich am liebsten ausruhen ok dann fahren wir an die ostsee dort können wir baden und spazieren gehen ja gut wollen wir mit der bahn oder mit dem auto fahren lass uns doch mit dem auto fahren dann sind wir flexibler aber wo sollen wir schlafen sollen wir ein zelt mitnehmen ein zelt also ich weiß nicht lass uns lieber ein günstiges zimmer in einer pension mieten für eine nacht wird das sicher nicht so teuer super das ist eine gute idee dann brauchen wir für ein perfektes wochenende nur noch badezeug lektion zwölf audio training 1 ist ja lustig antworten sie hören sie zuerst ein beispiel wir waren letztes jahr am gardasee ist ja lustig wir fahren dieses jahr an den gardasee und jetzt sie wir waren letztes jahr am gardasee ist ja lustig wir fahren dieses jahr an den gardasee wir waren letztes jahr in schweden ist ja lustig wir fahren dieses jahr nach schweden ist ja lustig wir fahren dieses jahr an die ostsee wir waren letztes jahr in leipzig wir waren letztes jahr in leipzig ist ja lustig wir fahren dieses jahr an die ostsee ist ja lustig wir fahren dieses jahr an die ostsee wir waren letztes jahr im erzgebirge ist ja lustig wir fahren dieses jahr im erzgebirge Wir fahren dieses Jahr ins Erzgebirge. Wir waren letztes Jahr in der Türkei. Ist ja lustig. Wir fahren dieses Jahr in die Türkei. Wir waren letztes Jahr am Mittelmeer. Ist ja lustig. Wir fahren dieses Jahr ans Mittelmeer. Lektion 12 Audio Training 2 Eine Einladung. Wiederholen Sie. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Komm doch mal nach Leipzig. Du bist herzlich eingeladen. Komm doch mal nach Leipzig. Du bist herzlich eingeladen. Und jetzt Sie. Komm doch mal nach Leipzig. Du bist herzlich eingeladen. Komm doch mal nach Leipzig. Du bist herzlich eingeladen. Ich möchte dir so gern die Innenstadt zeigen. Ich möchte dir so gern die Innenstadt zeigen. Wir könnten die Nikolai-Kirche besichtigen. Wir könnten die Nikolai-Kirche besichtigen. Magst du klassische Musik? Wollen wir in ein Konzert gehen? Du musst unbedingt mit mir in den Zoo gehen. Möchtest du vielleicht eine Bootsfahrt machen? Möchtest du vielleicht eine Bootsfahrt machen? Lass uns doch auch eine Ausstellung ansehen. Lass uns doch auch eine Ausstellung ansehen. Bis bald. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Ich freue mich auf dich. Lektion 12 Audiotraining 3 Wünsche Antworten Sie. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Was für eine Pension sucht ihr? Freundlicher Service. Wir suchen eine Pension mit freundlichem Service. Und jetzt Sie. Was für eine Pension sucht ihr? Freundlicher Service. Wir suchen eine Pension mit freundlichem Service. Was für Städte interessieren euch? Interessante Sehenswürdigkeiten. Uns interessieren Städte mit interessanten Sehenswürdigkeiten. Was für eine Wohnung wollt ihr? Helle Zimmer. Helle Zimmer. Wir wollen eine Wohnung mit hellen Zimmern. Was für ein Büro mietet ihr? Toller Blick über die Stadt. Wir mieten ein Büro mit tollem Blick über die Stadt. Was für ein Geschäft sucht ihr? Regionale Produkte. Wir suchen ein Geschäft mit regionalen Produkten. Was für einen Campingplatz möchtet ihr? Kostenloser Fahrradverleih. Wir möchten einen Campingplatz mit kostenlosem Fahrradverleih. Lektion 13 Wir müssen ja komplett hässlichłby.